Zum Sommersemester 2012 eröffnete auch die Kinder-Uni wieder ihre Pforten. Diesmal mit der Frage, warum kann man das Wetter vorhersagen? Zu diesem Thema referierte jemand, den viele schon aus dem Wetterstudio kannten. Und darum war auch extra ein echtes Fernsehteam mit dabei. Stefan Kreibum ist nämlich einer der Meteorologen vom NDR. Ich finde es großartig, dass ihr bei dem schönen Wetter hierher gekommen seid und mich draußen irgendwie langweilig umherlauft im Sonnenschein. Aber ich möchte auch ein bisschen erklären, wie überhaupt das Wetter funktioniert. Die Luft hier drin, hier drin ist ja Luft, sonst könnten wir ja nicht atmen, die ist ja komplett durchsichtig. Das heißt aber nicht, dass hier nichts drin ist, hier ist ja Luft drin. Die Luft, wenn man die genau anschauen würde, ganz genau, würde man viele kleine Luftteilchen erkennen. Ihr seid jetzt mal Luftteilchen. Jetzt fangt mal an, euch zu bewegen. Geht mal hier im Kreis ein bisschen hin und her. So, hin und her. Jetzt geht mal ganz schnell hier hin und her. Ja, gut. Und habt ihr was gemerkt? Sie sind aneinander gestoßen. Und wenn das passiert, dann steigt auch die Temperatur. Das heißt, wenn man eine hohe Temperatur misst, dann müssen die Teilchen ganz schnell durcheinanderwirbeln und dann hat man eine hohe. Das ist praktisch Temperatur. Wenn alles still steht, minus 273 Grad. Ansonsten, wenn alles sich bewegt, ist es eben wärmer. In der Sahara, in Australien zum Beispiel, in Amerika, in den Wüsten allgemein, da gibt es manchmal 58 Grad im Schatten. Um den Südpol herum, auf der anderen Seite sozusagen. Da gibt es Temperaturen, hat schon mal eine Wetterschätzung gemessen, von minus 90 Grad. Nachdem viele Dinge über das Wetter erklärt waren, wurde noch eine ganz wichtige Frage beantwortet. Wozu ist eigentlich der Puschel da? Wer kennt das hier? Ja, das ist der Puschel. Es soll natürlich das Mikrofon vorm Wind schützen. Denn wenn man kein Puschel drumherum hätte und es würde Wind sein, würde man gar nichts hören. Ungefähr so hier. Würde man mich nicht verstehen. Ja, so. Ja. Dann wählt es das Puschelmikrofon richtig. So stehe ich dann praktisch eben direkt vor dem Leuchtturm. Meistens habe ich ihn so auf der Seite, neben mir. Und dann wird das Ganze im Nordmagazin dann gesendet. Der Leuchtturm ist ganz wichtig. Den möchten immer alle Leute sehen. Und wenn der Dienst dann rum ist, dann habe ich Feierabend und freue mich auf den nächsten Tag. Und dann beginnt alles wieder von vorne. Dankeschön. 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 Vielen Dank.